Tobias, bist du ein Horrorfilm-Fan? Nein. Warum nicht? Das ist nicht so mein Genre. Hat es dich zu sehr gegruselt, immer so? Das ist ein kleines Gruselfreddy-Trauma? Nee. Nee, gar nicht? Nee. Ist einfach nie ein Typ dafür gewesen? Nee, ist einfach nie, hat mich nie irgendwie abgeholt. Und wenn nicht? Ich? Wahrscheinlich schon. Nee, auch überhaupt gar nicht. Bin auch überhaupt kein Fan von irgendwelchen Kindern, die an der Decke entlanglaufen und in die Kamera reinschreien. So seltsame Grimassen machen, dass man denkt, hoppa. Nee, ist nicht so. Okay. Aber gute Einleitung, wie kommen wir von Horrorfilmen? Das ist wie immer genial. Ein unabgesprochenes, geniales. Wie kommen wir jetzt zu Eintracht Braunschweig? Und in dieser Woche Saisonstart, Köln. Fangen wir doch einfach mal ganz entspannt an. Du warst am Montag im Stadion, hast dir Braunschweig gegen Frankfurt angeschaut, hast ein 1-4 gesehen, das sich auch so angefühlt hat wie ein 1-4? Fragezeichen? Eigentlich nicht. Zunächst. Das ist dann halt immer, also die spielen halt 50 Minuten wirklich gut mit, sind diszipliniert, machen genau das, was sie sich vorgenommen haben vorne. Die ganz großen Dinger hast du dann natürlich nicht. Und dann kommen halt diese acht Minuten, geht halt los mit einem groben Schnitzer von Robert Ivanoff, als er offensiv kurz sagte, er wäre Sinidin Zidane, dann hinten nicht mehr in Zweikampf. Wobei der Finne wäre ja Jari Littmar. Ja, okay. Hinten nicht mehr in Zweikampf kommt und dann machen die, also Scherning hat vor dem Spiel diesen Millionenunterschied im Marktwert angesprochen und das kam in dem Moment zu tragen. Der hat allein in dem Außenrisspass gelegen. Genau, das war allein der Außenrisspass von Hugo Ekitique. Sehr schön. War okay, ne? Doch, sehr gut. Mein Vater ist Französischlehrer, ich hoffe, er war zufrieden. Ja, und dann brechen halt alle Dämme und dann fühlt es sich natürlich trotzdem einfach an wie ein Schlag in die Fresse, wenn du dann in acht Minuten drei Dinger kassierst und man denkt, okay, gut, das, was sie vorher gut gemacht haben, ist jetzt halt einfach völlig für den Fuß, ne? Und dann haut es natürlich doch rein und da muss man halt auch irgendwie knallhart in die Analyse gehen, wie das dann schon wieder passieren kann, dass du irgendwie so eine, dass du zwei Gesichter zeigst und wieder irgendwie so eine, so eine Phase hast, in der du überhaupt keinen Zugriff bekommst. Es läuft natürlich auch im Moment viel gegen sie, also die Gegner nutzen das halt auch knallhart aus. Wenn sie mal irgendwie eine schlechte Phase haben, ist nicht so, dass dann die Gegner mal irgendwie das Tor nicht treffen oder so in der Zeit, sondern die Dinger sind dann auch drin. Und ja, deshalb stehen sie jetzt da mit drei Spielen, drei Pleiten und einem durchschnittlichen Ergebnis von eins zu vier. Ja, das Thema hat ja mehrere Subthemen dazu, die wir auch in den … War das dein Kalenderwort heute? Subthemen? Jeden Tag eins dazulernen, sozusagen. Ja. Weiß ich nicht. Ja? Gibt's das Wort überhaupt? Das spuckte mir gerade so. Ist egal, mach einfach weiter. Jetzt mach einfach weiter. Jetzt hab ich natürlich meinen Faden verloren, was aber völlig egal ist, weil … Subthemen. Subthemen. Ermin Pijakcic hat mir danach ganz gut gefallen in der Analyse. Der meinte, nach dem 0-1, und das fand ich eigentlich auffällig, sind wir sofort zu gierig, gehen sofort auf dieses 1-1, auf eine mögliche offensive Trendumkehr. Ähm, und das fand ich erstaunlich, ähm, dass er das auch so offen schon gesagt hat, weil's natürlich auch so ein Stück weit auf die letzten Spiele verweist und womöglich auch einen fehlenden Lerneffekt, ähm, mit sich bringt. Findest du nicht? Doch, auf jeden Fall, das ist genau das Gleiche, haben mir Jannis Nikolaou und Sven Köhler nach dem Spiel auch gesagt. Wir sind, wir laufen dann ein Stück weit ins offene Messer, wir gehen zu früh dann ins Pressing, obwohl wir noch gar nicht müssen, ne, dann wär's vielleicht auch sinnvoller gewesen, okay, jetzt halten wir mal im Moment das 1-1 und sortieren uns erst mal wieder und, äh, wir können immer noch aufmachen, nachher. Ja, gerade im Pokal, so die letzten 10 Minuten. Genau, gerade im Pokal und dann kannst du vielleicht vorne noch irgendwie einen reindödeln und, äh, gehst dann in die Verlängerung, ähm, ja, das ist, ich weiß nicht, ob das an der, an der neu zusammengestellten Mannschaft liegt, dass es da irgendwie dann noch nicht so fruchtet und noch nicht jeder genau weiß, was macht der andere jetzt oder ob's dann ein Stück weit auch die Gier war, vielleicht ist es auch, ich mein, das ist jetzt Spekulation, aber vielleicht hängt dann auch im Hinterkopf, dass man's ja vorher eigentlich gut gemacht hat und dann wird man irgendwie, wenn man mit dem Kopf durch die Wand, ähm, und will's jetzt irgendwie auf, auf Biegen und Brechen dann irgendwie nochmal irgendwie um, 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 kippen, aber daraus muss man lernen, definitiv, dass man dann in solchen, in solchen Situationen cool bleibt und sich dann nicht irgendwie sofort über die Klippe schubsen lässt. Ja, und schnell auch, ne? Also, ja, klar, Zeit bleibt nicht. Ich find, wenn du dann eben letzten Spieltag der Vorsaison noch mit einrechnest, das war noch 0-5 in Lautern, dann haben die jetzt in vier Spielen mehr Tore kassiert als in der kompletten Scherning-Phase vorher und das find ich schon wirklich aussagekräftig und müssen wir da auch, also natürlich nur mit Blick auf die letzten drei Spiele, aber müssen wir da auch über den Torwart sprechen? Naja, jetzt gegen Frankfurt, er kann da nix für, für die, für die Gegentore. Das ist, wir haben jetzt ja letzte Woche schon mal drüber gesprochen, in den Spielen davor, da gibt's zumindest irgendwie zwei Szenen, wo, wo er für mich jetzt ein bisschen unglücklich aussah, ähm, also was ich so vernehme, was man auch so von, von, von Fans und so weiter hört, dass denen so ein bisschen die, jemand fehlt, der so ein bisschen Sicherheit ausstrahlt, ich meine, es ging jetzt gegen Frankfurt auch so ein paar Abschläge gehen dann in Seiten aus und so, das kann alles passieren. So, das ist jetzt nicht, nichts Ungewöhnliches, das ist, äh, Ronthorben Hoffmann auch passiert, das blendet man dann nur schnell mal aus. Klar. Weil der halt hinten raus die Punkte festgehalten hat, ähm, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon über den Torwart sprechen müssen, ehrlich gesagt, also wir haben's ja letzte Woche eigentlich schon gemacht. Also tu was doch. Ähm, ich finde halt, wie du sagst, dass er gar keine direkte, unmittelbare Schuld an Gegentoren hat, er hat auch noch nicht gepatzt, aber er kriegt auch die Hand nicht an dem Bein. Ja, genau. Er hat, er hält halt die Dinger, die irgendwie ihm in die Arme fliegen, ähm, das ist natürlich bitter, wenn die anderen halt alle so kommen, dass du sie nicht halten kannst, wobei, wie gesagt, ne, so zwei Dinger zumindest waren für mich dabei, wo er jetzt keine, keine supergute Figur macht. Ja, das ist halt auch für das Selbstvertrauen nicht so geil, ne, wenn du nicht mal irgendwie einen rausfischen kannst. Wie willst du Sicherheit ausstrahlen? Ja. Äh, und sie gewinnen, also eigentlich, äh, geht ja fast sehr, sehr viel direkt an ihm vorbei, auch diese Tore dann, ist natürlich super gemacht von Ecki, äh. Spricht doch den Namen mal ganz aus. Ecki, ticke. Aber ich glaube, wenn der Grill auch in so eine Phase kommt, in der ihm die Dinger auch mal auf den Handschuh fallen oder man mit der Schulter einen Schuss rausboxt irgendwie, dann, ähm, dann kann er auch einen davon nochmal so ein bisschen intuitiv rauswischen, aber in der Phase aktuell wirkt er total unglücklich. Einfach unglücklich. Ja, aber du hast... Aber das ist natürlich auch ein Teil der Fehlerkette, ne? Du hast halt... Na klar, auf jeden Fall. ... zehn Spieler vor dir, die auch den Gegnern oft solche Abschlüsse ermöglichen. Gerade bei dem Ding, wo, äh, Ugo durch den Strafraum dribbelt, ich meine, da... Ja, der schickt halt die komplette Eintracht-Verteidigung ins Kino. Ja, aber das kann nicht sein. Nee, das kann nicht sein. Bei aller Qualität, die der... Genau, keiner, keiner, äh, getraut irgendwie richtig reinzugehen und einen Strafstoß und dann am Ende zu verursachen, aber das, das sah ja aus, als wenn, ähm, weiß ich nicht, ein Oberligaspieler, ähm, bei der F-Jugend seines Sohnes mal mitzockt, ähm, das war halt echt hart. Ja, fand ich auch. Kannst du nicht anbieten. Kannst du nicht anbieten. Du hast gegen, ganz kurz noch, gegen Magdeburg halt auch gesehen, was dir ein Torwart mit breiten Schultern halt bringen kann, ne, also wenn, wenn der Reimann, heißt er, glaube ich, da am Ende nicht noch irgendwie zwei, drei Dinger rausangelt, die nicht, also die nicht einfach zu halten waren, dann wird's gegen Magdeburg halt nochmal richtig feurig. Ja, aber da war auch Conte schon einer der gefährlichen, äh, Joker, die reinkam, hat jetzt gegen Frankfurt auch wieder eine Riesenchance nach Trapppass, ähm, aber schiebt das Ding irgendwie so, doch, man kann's, glaube ich, nicht anders sagen, ziemlich kläglich an der Kiste vorbei, äh, kriegt die Dinger auch noch nicht so richtig aufs Tor, ne, und dann vor dem Sabotor tritt er maximal über den Ball, er legt das natürlich genial für Sabo vor, aber, ja, kriegt, also auch das ist noch nicht so richtig glücklich. Ne, das, also, ich meine, das Schöne ist ja, und das muss man auch dabei sehen, der kommt in die Abschlusssituation, ich meine, gut, das Ding mit Trapp jetzt, das war Zufall, aber gegen Magdeburg hat er drei noch gute Abschlusssituationen, ähm, einen davon hält der Reimann überragend, ähm, da ist aber auch ein Ding dabei, das kriegt er nicht aufs Tor und jetzt das Ding gegen, gegen Frankfurt auch, der kann zumindest mal auf die Kiste kommen, auch wenn man da ein bisschen überrascht ist. Ähm, er kommt in die Situation, das ist gut, aber jetzt kann auch so ein Ding vielleicht mal aufs Tor kommen. Wir haben auch, äh, ein paar Fragen gestellt, Tobi holt schon sein Screenshot-Handy raus, ähm, ein Screenshot-Handy? Wir haben uns mal so ein bisschen umgehört, was ihr so, ähm, von uns wissen wolltet, äh, ein paar Einschätzungen einholen und du liest erst mal Frage 1 vor, fünf Stück haben wir, glaube ich, ne? Ich glaube, wir haben fünf ausgewählt, also, die Frage kam häufiger, ich, äh, lese sie jetzt, äh, stellvertretend mal von Vicky Lut oder Vicky LOD 2, schöner, schöner Nickname, vor, ähm, gibt es was Neues zu Helgason? Tja, das Neueste daran ist, dass er am Montag im Pflichtspiel der Serie A 90 Minuten auf der Bank schmorte, im Übrigen. Genau, auch, äh, neben Christian Früchtl, der ja hier auch mal Torwarttrainer, äh, Torwart Trainer, Torwart Thema in Braunschweig war, ähm, der auch nicht spielte und ja, auch Helgason hat nicht gespielt, ähm, du hast ja auch so ein bisschen Richtung, äh, Dänemark mal deine Fühler ausgestreckt, was sagen die Kollegen von da? Naja, es gab das Gerücht, dass Aarhus Interesse hat und auch noch ein anderer Club gerüchteweise, das, äh, ist aber noch nicht so weit, dass man da irgendwie was sagen kann, ähm, verifizieren konnte ich davon nichts bis jetzt, also bis jetzt sind es Gerüchte, ähm, ob da was dran ist, ist nach wie vor fraglich, ähm, auf jeden Fall bis jetzt nichts Handfestes. Es ist nach wie vor so, dass er gerne nach Braunschweig zurück möchte, ähm. Dass das auch längst nicht vom Tisch ist, die Prioritäten bei der Eintracht haben sich natürlich jetzt ein bisschen verschoben, äh, das kommt noch dazu, das heißt, man wartet da weiterhin ab, aber es ist durchaus so, dass das noch eine realistische Variante ist. Den Daumen drauf hat halt Letche, Letche möchte ihn gern verkaufen, die wollen den eigentlich nicht nochmal verleihen, ähm. Geht auch gar nicht. Sie müssen den Vertrag verlängern dafür, ne, ähm, das, das schwebt denen nicht vor, die wollen den eigentlich loswerden, das war ja letztes Jahr auch schon, ich meine, die haben sich ja nicht für den interessiert, als der hier war. Die haben sich nicht einmal gemeldet. Nein, nee, es war zu vernehmen, um es mal so auszudrücken, dass die sich nicht einmal bei dem gemeldet haben, was ich schon echt hart finde, so als Stammverein. Ähm, also das ist der neue alte Stand der Dinge. Also es gibt da Gerüchte auch um andere Klubs. Am Ende ist es entscheidend, was, was mit der, mit der, äh, Ablösesumme passiert. Letche will, ähm, eine Million ungefähr, ähm, haben, das ist so zu hören, ähm, die Frage ist, ob irgendein anderer Klub bereit ist, das Geld zu zahlen. Ähm, ich, mir wurde gesagt, Aarhus könnte das, ähm, die Frage ist, wollen die das oder willst du irgendein anderer Klub, ähm, ansonsten wird Letche halt irgendwann überlegen müssen, gehen wir mit der Summe runter. Ähm, dann könnte Eintracht, äh, hallo hier schreien oder sagt Letche dann tatsächlich, naja, dann bleibt der hier. Auch das, auch das ist nicht ausgeschlossen. Dass die dann sagen, gut, dann behalten wir den im Kader und, äh, gucken mal, ob wir den vielleicht in der Saison dann irgendwann doch nochmal brauchen, ähm, ja, das ist so der, der, also mein, mein Wissensstand. Eintracht stellt sich ja seit Beginn der Transferperiode eigentlich darauf ein, dass das ein langes Rennen wird, dass das vielleicht auch erst hinten raus entschieden wird, ähm, und hat längst die Hoffnung noch nicht aufgegeben, äh, da nochmal den Transfer vermelden zu können. Aber die wissen natürlich auch, wenn eine zahlungskräftigere Konkurrenz, und die gibt's halt, ohne Ende reinkommt, dann hast du ein Problem, eine Million werden sie nicht stemmen können. Aber bei so einer Million, bei der Summe muss ich immer dran denken, an Hertel, an Schiele, an Vollmann, äh, und an, ich glaub für 2023 auch noch knapp 400.000 Euro Pyro-Strafe, dann kommst du nämlich. Und die zweite Pokalrunde. Äh, ja, komm, die nehmen wir mal raus. Die nehmen wir raus. Das war ja so ein aktives Problem. Das andere sind so hausgemachte Probleme, ähm, wo du eine Million sehr schnell zusammen hast und dann einfach auch hättest schon mal sagen können, pass auf, Letche. Ja, die Frage ist, ob du die natürlich gleich bar auf Kralle hast, ne, das ist ja alles ein bisschen, aber ja. Hier die Kohlen. Ich verstehe. Es ist einfach Geld, das nicht verfügbar ist. Ja, ja, ja. Rund eine Million. Die Frage, ja, die Frage ist nur eben, ich mein, Helgason ist ein guter, das wissen wir. Ähm, die Frage ist eben, ob Klubs, die diese Summe problemlos überweisen könnten, dann Interesse an so einem Spieler haben oder ob die dann doch vielleicht nochmal sagen, naja, wir greifen nochmal eine Etage höher, ne, oder bei jemandem, wo wir jetzt schon wissen, dass der auf jeden Fall auf dem Niveau, was wir brauchen, ähm, direkt abliefern kann. Ja, 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 klar. Und auch Eintracht, wenn die jetzt eine Million netto mehr zur Verfügung hätten, kannst du ja auch sagen, ich hole mir zwei absolute Topspieler rein für ein Jahr. Auch das. Das ist ja ungefähr die Summe, die man so rechnen kann für ein Jahr. Und da, ähm, wären die Überlegungen halt sicherlich da. Sie müssen jetzt nochmal etwas in die Hand nehmen für den Verteidiger. Du hast gesagt, Prioritäten haben sich verschoben. Äh, klares Transferziel jetzt noch einen Verteidiger ranzuholen, der auch Qualität schon nachgewiesen hat, womöglich in der Bundesliga vielleicht gerade nicht erste Wahl ist. Irgendjemand, der da in diesem Bereich eine Chance sieht, sich in Braunschweig, ja, vernünftig eine Saison aufzuhalten. Ähm, der Name Philipp Benkowitsch fällt ja auch häufiger. Ja. Habe ich jetzt noch nichts Neues gehört, ob da irgendwas dran ist. Ähm, Hasan Kurucai wird auch immer mal genannt. Das war auch, glaube ich, noch eine Folgefrage, ne? Ja, genau. Können wir ja gleich anschließen. Haben wir hier auch drin, genau. Die Frage kam auch häufiger, ähm, sollte man vielleicht doch noch versuchen, den vereinslosen Kurucai zu holen? Fragt Champagne Main. Das ist immer schwierig. Äh, in diesem Sinne schöne Grüße. Die Frage kam häufiger, jetzt in dem Fall auch wieder stellvertretend. Tja, also Fakt ist auch mal, Kurucai hat sich, glaube ich, ein bisschen was anderes vorgestellt für diesen Sommer. Das sieht so aus, ja. Wenn du Mitte August als ablösefreier Spieler noch immer keinen neuen Verein hast, dann ist irgendwas schiefgelaufen. Entweder in deiner Beratung oder in deinem eigenen Selbstverständnis, Selbsteinschätzung. Oder der Tiger, den er gestreichelt hat, hat ihm den Fuß abgebissen. Das wäre blöd. Ja, aber das wäre blöd, ja. Vor allem als Fußballer. Bist du dann eigentlich versichert? Das wäre nochmal eine andere Frage. Nein, das war jetzt ein blöder Spruch. Ach, war doch klasse, Tui. Mach weiter. Aber er fehlt natürlich. Kurucai fehlt. Du merkst es, dass sich die Abwehr in der Reihe qualitativ nicht verbessert hat. Ganz logisch. Der Stammspieler, der Hauptsaison ist nicht mehr da und ist zumindest qualitativ noch nicht aufgefangen. Kevin Ehlers traue ich durchaus perspektivisch zu, so eine Rolle auszuführen. Aktuell scheint er ja noch ein bisschen hinten dran zu sein. Vor allem nach seiner kleinen Verletzung. Und ja, also er fehlt. Kurucai fehlt. Ich weiß zumindest, dass zwischendrin ganz lange kein Kontakt zwischen beiden Seiten war. Dass Eintracht auch so ein Stück weit gedacht hat, ja, von dem hören wir nichts mehr. Das wird wohl durch sein, das Ding. Wenn ich will, der hat schon. So, aber hat ja offenbar nichts. Hat ja, aber hat ja nicht. Also, ja. Also, da könnte schon noch mal eine Wende kommen. Andererseits glaube ich es ehrlich gesagt nicht. Aber es ist mehr so ein Gefühl. Ich würde es nicht ausschließen, aber gefühlt würde ich eher sagen, nee. Aber so eine Bemühung, würdest du dich da noch mal bemühen? Naja, das ist ein bisschen die Frage auch. Das ist auch so ein Stück weit die Frage, wie man auseinandergegangen ist. Also, wenn man jetzt wirklich das Gefühl hat oder hatte, ja gut, der hat keinen Bock mehr hier zu spielen, dann muss man sich halt auch fragen, hat sich das jetzt geändert? Weil du natürlich jemanden brauchst, der Leidenschaft mitbringt. Die bringt er aber mit. Er ist halt, glaube ich, das ist ja auch Teil des Geschäfts, dass man vielleicht jetzt noch mal überlegt, na gut, okay, auch wenn der eigentlich weg wollte, unterhalten wir uns jetzt noch mal mit dem. Vielleicht hat sich das ein Stück weit geändert. Und er war ja in der vergangenen Saison ein ganz wichtiger Faktor. Obwohl der da wahrscheinlich auch gedacht hat, naja, ich will eigentlich noch mal in meinem Leben woanders spielen. Also, das ist dann auch irgendwo eine Frage der Professionalität. Beidseitig, meiner Meinung nach, ob man da dann irgendwie noch mal in die Gespräche geht. Und natürlich, wie man auseinandergegangen ist, beziehungsweise, was man jetzt halt auch möchte. Und was man vielleicht schon als Alternativen auf dem Zettel hat. Ja, und was man natürlich irgendwie herausfinden müsste, wie fit ist der Kollege? Also, der hat jetzt acht Wochen keine Vorbereitung gemacht. War es doch der Tiger. Kein Mannschaftstraining gemacht. Ja, klar. Kann der dir sofort helfen? Du brauchst ja jemanden, der sofort hilft. Oder nimmst du da jemanden lieber auf Laie vielleicht ein Jahr. Linksfuß, Rechtsfuß, mittlerweile egal. Hauptsache, er hat zwei Füße. Und dann kann die reinstellen in gegnerische Schüsse. Und nimmst dir jemanden, der voll im Saft steht. Der dann sofort hilft. Irgendwo eine Vorbereitung mitgemacht hat. Ja. Ich würde wahrscheinlich eher auf diese Variante gehen. Wahrscheinlich. Next one. Die nächste Frage. Arbeite das doch nicht hier so lustlos ab. Musste ich das jetzt wieder übersetzen für dich? Du hast doch Englisch studiert. Ich habe das durchaus verstanden. Ach so. Okay. Auch häufig kam die Frage nach der Causa Amin. Toll. Da kannst du vielleicht auch ein bisschen was zu sagen. Das ist natürlich wirklich ein tolles Thema. Das ist ein ganz tolles Thema. Das so reinplatzt in so eine Phase, in der du ohnehin auch sportliche Probleme hast. Dann noch einen Spieler, der sich ohne Absprache erst mal im Trikot eines anderen Vereins fotografierend, spielend fotografieren lässt. Und dann auch nicht mehr zurückkehrt zu dir nach Hause, sondern sich irgendwo aufhält. Und keiner so richtig weiß, wo. Zugänge sind nicht mehr so ganz so da. Und im Braunschweig so viel war zumindest zuletzt. Klar ist er nicht. Und ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass der hier nochmal aufschlägt. Nope. Aber für Eintracht ist es natürlich bitter, weil die Kohle könnten sie natürlich extrem gut gebrauchen. Das sind rund 300.000, 350.000 Euro für einen Spieler, den du ja eigentlich auch nicht unbedingt gebrauchen kannst. Nee. Der auch bisher nichts gezeigt hat groß. Immer mal gute Ansätze, wie ich fand. So ein bisschen spielerisch. Habe ihn in der Vorbereitung auch nicht so schlecht gefunden. Fand ich auch. Ein paar ganz gute Ansätze. Aber wenn du für so einen so eine Summe bekommen kannst, musst du als Verein eigentlich rufen, jo, hier. Ja, klar. Und ich glaube, das hat Eintracht auch gemacht. Nur kam nach der ersten Zusage noch nicht so richtig viel Offizielles zurück. Und deswegen ist das immer noch ein Schwebezustand. Und natürlich eine total unbefriedigende Situation für alle Beteiligten. Ja, mit Sicherheit. Also da hofft man aber immer noch voll auf Lösung. Ja. Muss ja auch irgendwie. Muss ja, genau. Also das, wenn sich da jetzt bei dem Verein, der ihn halt eigentlich haben möchte, aus Saudi-Arabien, nichts mehr ergibt, ist ja auch die Frage, was machst du dann? Ja, was machst du denn? Also wie du schon sagtest, ich kann mir nicht vorstellen, dass er hier nochmal aufschlägt, auch nach der ganzen Nummer jetzt. Ja, wenn dann zweite Mannschaft. Genau, ist halt die Frage, ob da noch irgendwo Platz ist. Und wenn du dann sagst, na gut, wir wollen ihn aber auf Biegen und Brechen noch loswerden und suchst du dann irgendwie einen Drittligisten, dann kriegst du auf keinen Fall diese Summe. Ja, genau. Die kriegst du nicht. Ja, Eintracht so ein bisschen in der Zwickmühle in der Situation. Man muss halt geduldig bleiben auf der einen Seite, um das irgendwie möglichst noch über die Bühne zu bringen. Auf der anderen Seite drängt dann irgendwann auch die Zeit. Ja, und was ist, wenn die am letzten Spielt, oder am letzten Transfertag um 18 Uhr, kriegst du die Summe, aber kannst die dann nicht mehr austeilen oder ausgeben. Ja, auch das. Weil dann ist dir die Zeit davon geschwommen. Und das ist halt irgendwie in Gänze eine total beschissene Situation. Kannst du am Ende in die zweite Mannschaft stecken. Ich glaube, in die dritte nicht, weil die zum Gesamtverein gehört und nicht zur Kapitalgesellschaft. Aber irgendwelche anderen Disziplinarmaßnahmen müsste man dann ja auf jeden Fall treffen. Ja. Aber ja, schade. Bisschen naiver Kerl, glaube ich. Die Geschichte aus dem Trainingslager hast du noch nicht erzählt, oder? Darfst du auch nicht, ne? Nein, lieber. Das ist schön angeteasert. Okay. Die erzählen wir vielleicht irgendwann. Wenn er weg ist. Also, die hätte ich vielleicht vornehmen sollen hier. Bex93 fragt, Ballermänner der Liga, reicht ein neuer Innenverteidiger oder ist die Kaderqualität einfach zu gering? Boah, schwer. Das ist jetzt ein Brett. Das ist ein Brett. Das ist jetzt ein Brett. Das ist wirklich ein Brett. Ich bleibe dabei, dass ich den Kader nicht so schlecht finde. Dass ein neuer Verteidiger sehr viel auf einmal bewirken könnte und auch müsste. Und ähnlich hatte es ja in der vergangenen Saison auch geklappt. Da war es natürlich Bicakcic und nochmal in all seinen Facetten ein total gelungener Top-Transfer, der vom ersten Moment an funktioniert hat. Und natürlich auch viele andere Sinne geweckt hat mit Rückkehr und so. Und ein neuer Trainer. Genau, das kam noch dazu. Und die Impulse vom neuen Coach. Aber jemand, der eben in der Konstellation eine ähnliche fußballerische Qualität mitbringt wie Bicakcic und so gleich stabilisierend wirkt. Einfach so richtig schön Mörtel mitbringt. Und hinten die ganze ... Nee, du meinst einer, der den Bus parkt. Den Bus parkt? Nee, so auch nicht ganz, ne? Doch. Doch. Ja, ja. Ich kann dich jetzt mit dem Bild nicht alleine stehen lassen. Du bist jetzt ... Nee, ich hab selber gemerkt, dass es eigentlich völliger Quatsch ist. Ist schon gut. Hast du gut gemacht. Aber ich glaube schon, dass das dann okay wäre und dass der restliche Kader wirklich viel hergibt. Ich fand auch, mein Lichtblick zumindest zu nennen, auch Old Cheek, sehr gut am Montag. Sehr dynamisch beweglich. Traut sich in die Eins-gegen-eins-Situation. Ist anspielbar. Hat gute Ideen. Den würde ich gerne häufiger sehen. Und ich würde zum Beispiel, ich würde sagen, lieber Helgason da nicht holen. Und All-in-Innenverteidiger gehen. Ja, das ist ein Aspekt, den wir vorhin vergessen haben bei der Sache. Irgendwann sind die Kaderplätze halt auch voll. Naja. Jetzt springen wir nochmal zurück auf Helgason. Aber mir hat Old Cheek auch wirklich gut gefallen. Der hat keinen Schiss gehabt vor denen. Der macht ganz viele clevere Sachen. Also zum Beispiel, dass der mit dem Ball dann einfach im richtigen Moment den Laufweg des Gegners kreuzt und ihn damit aus dem Spiel nimmt. Setzt ein paar Mal seine Mitspieler richtig, richtig clever ein mit Auge. Flügelwechsel hat er gut gemacht. Flügelwechsel, der steckt das eine Ding in dem Konter, Gommes in die Gasse, wo Gommes dann eigentlich auch Kaufmann, aber kommen wir vielleicht später nochmal zu, bereitet auch die Chance nach der Ecke für Gommes richtig mit Auge vor. Der Ball, der abgefälscht wurde in der ersten Hälfte, den legt er quer im Strafraum. Hat mir sehr gut gefallen. Muss ich sagen, was immer schwierig ist, bei einer 1-4-Niederlage sowas hervorzuheben. Aber es war ja nun mal so. In der zweiten Hälfte taucht er dann natürlich auch ab. Naja, klar. Philipp lief. Ja, genau. Ich meine, damals war es natürlich dann auch eine Geschichte mit dem Trainer und der hat irgendwie, wahrscheinlich, weil er sich nicht mehr mit dem unterhalten konnte, überhaupt nicht auf den gesetzt. Aber auch unter Scherning hat er die ersten Spiele nicht gemacht. Und Scherning hat dann selber irgendwann gesagt, ja, das war mein Fehler, dass ich den nicht sofort auf dem Schirm hatte. Manchmal dauert es ein bisschen, bis sich sowas sortiert. Es gibt dementsprechend halt noch ein paar Fragezeichen, wo man noch nicht so genau weiß, was bekommt man da jetzt eigentlich. Wir haben über einen Torwart schon gesprochen. Schabu ist auch so ein Fall. Der hat jetzt ein Tor gemacht. Natürlich im Endeffekt ein unwichtiges. Aber das war genau, das war halt genau so. Solche Tore kannst du von dem erwarten, wo der in Strafraum geht und den Fuß hinhält. Und auch auf anderen Positionen muss man, zum Beispiel links außen, linke Schiene, weißt du im Moment noch nicht, okay, wer ist denn da jetzt eigentlich dein Mann? Die Michele Sanchez hat jetzt wirklich gegen Magdeburg eine Vorlage geliefert, jetzt auch gegen Frankfurt eine Vorlage geliefert. Da ist man eigentlich davon ausgegangen, okay, Belbel ist da die klare Nummer eins. Kann ja auch sich noch so fügen, aber man weiß es im Moment noch nicht so genau. Also da würde ich ehrlich gesagt, um die Kaderqualität in Gänze zu bewerten, noch mal ein paar Wochen abwarten. Ja, da müssen wir abwarten. Für Stand jetzt. Conté haben wir auch schon drüber gesprochen. Stand jetzt halte ich das noch für ein bisschen zu früh, ehrlich gesagt. Ja, aber wie du sagst, ich glaube, ich würde es auch erst mal Prio 1 IV Prio 1 IV und mal Leistung konstant bringen und hinten diese Kompaktheit an den Tag legen, die gegen Frankfurt 50 Minuten lang da war. Das ist ja auch so ein Ding, das sagt ja der Köhler auch, der sagt 30 Minuten waren es gegen Magdeburg, 50, 52 waren jetzt gegen Frankfurt. Und dann hast du halt die Möglichkeit, gegen Köln auch mal 80, 90 Minuten zu gehen, wenn das nicht Köln wäre. Aber da kommen wir, glaube ich, hinten raus nochmal ganz kurz. Später nochmal zu. Einer haben wir noch? Wollen wir die noch machen? Ja, Logo. Ich freue mich schon wieder auf einen guten Insta-Namen. Und jetzt kommt Peter Müller. Nee, das ist jetzt Jens MCT oder JNS MCT Einschätzung zu Gomez' Saisonstart. Über Joe Gomez haben wir vorhin schon mal kurz ein bisschen gesprochen. Wird kein Knipser mehr? Würde ich jetzt mal trotz des jungen Alters prognostizieren? Und wie es sich mit meinen Prognosen gehört? Wird er am Wochenende drei Tore machen? Am Wochenende wird er ein Hattiger. Logisch. Aber dann kannst du, du bist ja da, dann kannst du in der Mixson. Kein Problem. Überhaupt kein Problem. Gerne. Der hat, finde ich, vor dem Tor Entscheidungsschwierigkeiten. Ja. Vielleicht auch eine Sache von Erfahrung. Das darf man auch immer nicht vergessen, dass der letzte Saison noch dritte Liga-Abstiegskampf gespielt hat. Ja genau, vor seinem Wechsel zu Eintracht. Vorletzte Saison, ja. Und das ist alles noch ein Thema. Der ist noch jung, der kann sich noch entwickeln. Aber ich fand es sinnvoll, dass Scherning in der Konstellation vorne Philippe Gomez weiterhin drauf setzt, weil sie sich eben in der Vorsaison vor allen Dingen gut miteinander verstanden hatten. Da war die Teilung klar. Philippe schießt die Tore. Gomez räumt drumherum alles auf und um und bereitet vor und hat seine Füße in vielen Angriffen drin. Aber jetzt hat er aktuell nicht die richtige Entscheidungsfindung, würde ich sagen. Schließt ab, wenn er eigentlich passen sollte. Passt, wenn er eigentlich abschließen sollte. Das passt auch wieder alles zum Thema unglücklich irgendwie. Und ich würde ihn gerne, ich sehe ihn gerne auf dem Platz, würde ihn aber wahrscheinlich eher auf eine Acht sehen im Moment. Oder auf eine Zehn, je nachdem wie das System aussieht. Aber nicht in vorderster Front. Deinen? Ich habe jetzt, das hast du alles erzählt. Scheiße. Es geht mir tatsächlich ähnlich. Also erstmal ist er ein überragender Typ. Also wer den mal kennenlernt oder trifft, unterhaltet euch mal mit dem. Ein unfassbarer Typ. Das spielt jetzt aber sportlich natürlich keine Rolle. Und ich habe auch genau den gleichen Eindruck, dass er in bestimmten Situationen dann, dass ihm so ein bisschen die Übersicht fehlt oder dass er vielleicht auch ein bisschen hibbelig wird. Vielleicht ist das auch eine Sache von dem berühmten Knoten, der platzen muss. Dass halt so ein Ding wie gegen Frankfurt, was dann abgefälscht wird, einfach mal drin ist. Dass das ins Tor abgefälscht wird. Aber es gab auch die Szene, die ich vorhin angeschnitten habe mit Kaufmann, wo er den Ball wunderbar serviert bekommt von Olchik. Und dann sind drei Frankfurter um ihn rum. Und rechts startet der blitzeblanke Fabio Kaufmann. Und er muss den Ball im Grunde nur querlegen. Und dann gehen die vermutlich 1-0 in Führung. Zumindest gibt es eine dicke Chance. Das ist alles nicht so einfach, wenn man da auf dem Platz steht, wie es von außen aussieht. Wenn du drei Bundesliga-Verteidiger um dich rum hast und auch erst mal sortieren musst und so weiter. Das sind aber halt so Dinge, da fehlt halt so der letzte Funke irgendwie ein Stück weit. Der Acker hat unheimlich viel. Der hängt sich immer rein. Und das ist auch, was der Trainer und die Fans an dem schätzen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er eine Linie weiter hinten vielleicht sogar noch ein Tucken wertvoller ist. Kann aber auch total nachvollziehen, warum Scherning das so macht, wie er es macht. Du hast es gerade angeschnitten. Weil die beiden eben in der vergangenen Saison da vorne gut miteinander funktioniert haben. Und du dann eben auch überlegen müsstest, wen opfere ich jetzt auf der Acht. Das war ja letzte Saison, da haben wir uns wahrscheinlich auch irgendwann mal drüber unterhalten, auch die Frage, okay, als Scherning das System umgestellt hat, mit den zwei Achtern begonnen hat, eine Sache, über die ich mich sehr gefreut habe, weil ich damals sagte, okay, mit dem Kader würde ich das mal testen. Ich hatte damals aber auch gedacht, okay, Gomez mit auf die Acht. Er hat sich damals für Kaufmann entschieden. Und ja auch aus nachvollziehbarem Grund. Also es ist, der musste natürlich Defensivarbeit und so ein bisschen lernen, aber du hast dann auf dieser Position einfach jemanden, der Tiefe mitbringt und der weiß, wie Stürmer funktionieren und der noch Torgefahr mitbringt von dieser Position und mit vorne rein stößt. Und deshalb kann ich diese Entscheidung total nachvollziehen. Und ich meine, das hat ja letztes Jahr auch super funktioniert. An sich bin ich aber deiner Meinung, dass ich glaube, dass Gomez auf dieser Position vermutlich noch ein bisschen wertvoller wäre. Aber je nachdem, in welcher Konstellation. Wie würdest du hibbelig übersetzen ins Englische? Gute Frage. Hibbel? Wahrscheinlich nicht. Wir werden das mal nachreichen. Schauen wir mal, wie es in Köln am Samstagabend ausschaut. Ich freue mich extrem drauf. Ich finde das Kölner Stadion überragend. Es ist eine super Atmosphäre dort. Schönes Abendspiel. Wird mal wieder eine Hausnummer. Und der Blick in die Vergangenheit, den würden wir niemandem empfehlen, der auf irgendwelche positiven Aspekte aus ist, um sich mit der Eintracht-Vergangenheit in Köln zu befassen. Du hast mit Charlie Handschuh telefoniert. Was sagt der denn so? Erstmal hat er gesagt, dass er gerade Corona hat. Also gute Besserung an dieser Stelle. Gibt's noch. Ihm geht's aber gut. Der hat unter anderem berichtet, der war mal bei einem 06 in Köln dabei und hat gesagt, naja, die haben uns da häufig einfach sofort überrannt, haben Druck gemacht, haben uns da den Schneid abgekauft. Und deshalb sind wir da in der Regel ruckzuck in Rückstand geraten und kamen dann nicht mehr zurück. Außer einmal. Da haben sie geführt und 1-1 gespielt. Da hat er gesagt, er hatte tierische Probleme mit der Achillessehne. Aber Branko Savage hat gesagt, du musst spielen, du stehst auf dem Spielberichtsbuch. Ja gut. Pech gab's. Soll er machen. Und ja, da hat er erzählt, da konnte er damals alles im Grunde nur direkt machen, weil er überhaupt nie laufen und dribbeln konnte. Zum Glück konnte er das. Ja. Das wäre für uns ja auch ein Riesenproblem. Das konnte er und da haben sie dann 1-1 gespielt. Aber die Gesamtbilanz ... Null. Null Siege. Eintracht hat noch nie in Köln gewonnen in der Bundesliga. Gefühlt drei Unentschieden. Pflichtspielend. Ich glaube, drei Unentschieden, 24 Niederlagen. Wenn ich mich nicht irre. Wenn das nicht Mut macht. Aber das hat ja glücklicherweise solche Statistiken. Ja, meine, schöne Spielerei und auch ein netter Grund, um mal so ein bisschen in die Geschichte zu gucken. Aber haben ja mit der Gegenwart nichts zu tun. Ich habe darüber auch kurz mit Bernd Gersthoff getickert. Der sagt, wenn es so etwas wie einen Angstgegner gibt, dann war das Köln damals für uns. Köln war natürlich damals in der Zeit auch überragend. Das war eine richtig, richtig gute Mannschaft mit super Namen. Gerste sagt aber auch, sein erstes Bundesligaspiel dort gemacht, 2-0 geführt und noch 3-2 verloren. Also, da gab es bisher nicht viel zu holen. Und was tippst du denn nun? 2-2. Ja, komm. Das wolltest du auch, ne? Ja. Also, bisher hat Eintracht ja jedes Spiel 1-4 verloren. Ich tippe auf eine Besserung, sage 1-3 in der Hoffnung, dass ich wie immer falsch liege. Ja, das habe ich gegen Frankfurt auch versucht, aber es hat nicht geklappt. Du bist noch nicht der lebende Kontraindikator, wie ich es bin. Du musst dir das erst verdienen. Du musst okay. So möglichst viel Scheiße erzählen. Macht man das über schlechtes Karma? Ich denke schon. Ja, ganz schlechtes Karma, viel, einfach extrem viel Miesepetrigkeit reinbringen in die Nummer, weil aus irgendeiner schlechten Prognose wird irgendwann immer etwas passieren. Du wirst widerlegt werden und das ist sozusagen das, was am meisten Spaß macht. Auch nicht. Jetzt haben wir hier so knapp eine halbe Stunde und das wäre hinten raus nochmal eine kleine Frage. Was wäre für euch die perfekte Folgenlänge von so einem Studio-Blog-Elb, von unserer Science hier? Eher so 15 bis 20? Jui, 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 jui. Ich habe schon zwei Kalenderwörter. Science? Ja. Mach weiter. Also eine war französisch. Mach jetzt, mach weiter. Das habe ich schon vergessen. Was war das erste überhaupt? Ist egal. Stell deine Frage. Ich habe dazu noch ein Subthema. Ja. Also eher so 15 bis 20 oder eher so rund um 30 oder vielleicht auch mal noch viel länger, wenn wir Gäste haben, sind wir meistens noch ein bisschen länger auf Sendung. Aber wenn es so unser Spielchen hier angeht. Fällt mir noch ein drittes Fremdwort zum Ausstieg hier ein? Nö. Dann lass es auch bitte. Muchas gracias, Tobias. Tschüss. De nada. Bye, bye. Tschüss. Tschüss.